Bist du dir darüber sicher? Are you sure about that? Das habe ich völlig vergessen. I completely forgot. Was empfiehlst du? What do you recommend? Das ist nicht so schlimm. Lass uns die Rechnung teilen. Let's split the bill. Let's split the bill. Ich bin unterwegs. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Das ergibt keinen Sinn. That doesn't make any sense. That doesn't make any sense. That doesn't make any sense. Halte mich auf dem Laufenden. Keep me in the loop. Keep me in the loop. Keep me in the loop. Ich mache nur Spaß. I'm just kidding. I'm just kidding. Es ist mir entfallen. It slipped my mind. It slipped my mind. It slipped my mind. Kannst du mir helfen? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Ich bin total beschäftigt. Das kommt nicht in Frage. That's out of the question. Ich kümmere mich darum. I'll take care of it. I'll take care of it. I'll take care of it. Es war Liebe auf den ersten Blick. It was love at first sight. It was love at first sight. It was love at first sight. Ich habe riesigen Hunger. I'm starving. I'm starving. Wo ist der Haken? What's the catch? What's the catch? Ich schaue mich nur um. I'm just browsing. Das kommt mir bekannt vor. Ich zähle auf dich. I'm counting on you. Keine Ursache. Don't mention it. Kommen wir zur Sache. Let's get down to business. Was beschäftigt dich? What's on your mind? Das hätte ich am wenigsten erwartet. That's the last thing I expected. Es ist einen Versuch wert. We're in the same boat. We're in the same boat. We're in the same boat. Meine Geduld geht zu Ende. I'm running out of patience. I'm running out of patience. Moment mal. Hang on a second. Hang on a second. Hang on a second. Schauen wir mal. Let's play it by ear. Rede nicht um den heißen Brei herum. Don't beat around the bush. Das ist kinderleicht. That's a piece of cake. Ich habe es mir anders überlegt. Lass uns anfangen. Let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling. Ich habe keine Ahnung. I don't have a clue. I don't have a clue. Besser spät als nie. Das geht mich nichts an. Ich bin gleich wieder da. I'll be back in a jiffy. I'll be back in a jiffy. Seien wir ehrlich. Let's face it. Let's face it. Ich habe genug davon. I'm fed up with this. I'm fed up with this. Ich unterstütze dich. Das klingt verdächtig. Es ist eine lange Geschichte. Lass dir Zeit. Take your time. Es lohnt sich nicht. Die Sache wird man sehen, wenn es so weit ist. Ich stehe hinter dir. Kannst du das buchstabieren? Kannst du das buchstabieren? Kannst du das buchstabieren? Was bedeutet das? Ich habe mich verlaufen. Kannst du helfen? Ich habe Durst. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das buchstabieren? Ich fühle mich nicht gut. Ich habe eine Erkältung. Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? Es ist zu eng. Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? Es ist zu weit. It's too loose. Ich suche den Bahnhof. I'm looking for the train station. I'm looking for the train station. Wo kann ich Tickets kaufen? Where can I buy tickets? Where can I buy tickets? Ist es weit von hier? Is it far from here? Is it far from here? Ich möchte bestellen, bitte. I'd like to order, please. I'd like to order, please. I'd like to order, please. Ich bin Vegetarier. Ich bin allergisch gegen Nüsse. 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 Wie komme ich zum Flughafen? How do I get to the airport? How do I get to the airport? How do I get to the airport? Kann ich die Speisekarte sehen? Can I see the menu? Ich hätte gerne einen Kaffee mit Milch. Ich habe meinen Bus verpasst. Wie spät ist es? Können Sie langsamer sprechen? Ich möchte eine Reservierung machen. Haben Sie eine Karte? Es ist heute sonnig. Es regnet in Strömen. Wie ist die Wettervorhersage? Mein Name ist Name. Ich komme aus Land, Stadt. Ich brauche Hilfe. Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Ich verstehe nicht. Wo ist die nächste Apotheke? Ich möchte mit Karte zahlen. Wie sagt man Wort auf Englisch? Entschuldigung, wo ist die Toilette? 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 Haben Sie kostenloses WLAN? Do you have free Wi-Fi? Ich bin hier im Urlaub. Ich bin hier im Urlaub. Ich lerne Englisch. Ich lerne Englisch. Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? How long have you been here? Diese Stadt gefällt mir. I like this city. I like this city. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? How was your day? How was your day? Have a good day. Have a good day. Have a good day. Ich wäre ihnen dankbar, wenn sie könnten. I'd appreciate it if you could. I'd appreciate it if you could. Stört es sie, wenn ich das Fenster öffne? Do you mind if I open the window? Was ist ihre Meinung zu? What's your opinion on? What's your opinion on? Ich bin völlig anderer Meinung. Es ist eine Frage der Perspektive. Lass uns einen Kompromiss finden. Das klingt vernünftig. Ich mache mir ein wenig Sorgen um. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ich würde es jetzt lieber nicht besprechen. I'd rather not discuss it now. I'd rather not discuss it now. Könnten Sie klären, was Sie mit meinen? Could you clarify what you mean by? Ich bin noch nicht überzeugt. Lassen Sie uns die Vor- und Nachteile abwägen. Ich bin im Moment mit Arbeit überhäuft. I'm swamped with work at the moment. Ich schaffe es morgen nicht. I can't make it tomorrow. Es ist mir entfallen. Was hast du für das Wochenende vor? What are your plans for the weekend? Das wollte ich nicht sagen. That's not what I intended to say. Könntest du mir einen Gefallen tun? Could you do me a favor? Ich komme zu spät. Lassen Sie uns einen neuen Termin finden. Let's reschedule. Let's reschedule. Ich mag sehr. Das ist nicht mein Fall. It's not my cup of tea. Wie läuft es mit? How's it going with? Ich muss meine Gedanken sammeln. I need to gather my thoughts. Leichter gesagt als getan. It's easier said than done. It's easier said than done. Ich bin unentschlossen dazu. Ich stecke in der Klemme. I'm in a tight spot. I'm in a tight spot. Es ist einen Versuch wert. It's worth a shot. It's worth a shot. Drücken wir die Daumen. Let's keep our fingers crossed. Let's keep our fingers crossed. Let's keep our fingers crossed. Das war ein Kinderspiel. It was a piece of cake. It was a piece of cake. It was a piece of cake. Ich habe Zweifel. Nimm es dir nicht zu Herzen. Don't take it to heart. Don't take it to heart. Don't take it to heart. Mir geht es nicht so gut. Das hat mich überrumpelt. Lassen Sie uns später Kontakt aufnehmen. Ich habe viel um die Ohren. Ich habe viel um die Ohren. Wir müssen um die Ecke denken. Wir müssen um die Ecke denken. We need to think outside the box. Es ist eine Win-Win-Situation. Das kommt mir bekannt vor. Das rings a bell. 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 Vielen Dank.